Herzlich willkommen zu einem Advanced Warfare-Informationsvideo. Ja, vor kurzem hat Michael Contra, das ist einer der Gründer von Sledgehammer Games, ein Bild auf Twitter gepostet. Und da sieht man diese M3 Spike Drone. Und ja, das ist so eine sogenannte Calling Card. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was ich damit meine. Das sind diese Bilder hinter dem Namen, die man sich so durch bestimmte Herausforderungen oder ähnliche Sachen dann freischalten kann. Einige waren dann auch bei DLCs, bei Waffen-DLCs mit dabei. Und ja, hier wurde jetzt wahrscheinlich die erste vorgestellt, offiziell. Und ja, darauf sieht man eben die Spike Drone M3 und dahinter wahrscheinlich irgendwie eine Waffenkiste. Aber das spielt ja eigentlich so die Nebenrolle. Und da ist meine Frage jetzt an euch, interessiert euch so ein zusätzliches Gimmick sozusagen? Also jetzt in dem besonderen Beispiel die Calling Cards. Hat euch das jemals wirklich interessiert, wie ihr, oder was ihr für ein Bild hinter eurem Namen habt? Hm, also mich persönlich hat das immer extrem wenig interessiert. Ich hatte am Anfang bei Black Ops 2 zum Beispiel immer so einen komischen Ninja oder so einen komischen Typen mit so einem Schwert irgendwie. Und dann habe ich irgendwann Nuklear geschafft und hatte ewig lang dann das Nuklear-Bild. Und das habe ich dann durch das Drachen-Bild getauscht, da ich das in diesem Dragon Pack mit dabei hatte. Aber es hat mich nie interessiert, das jetzt wirklich freizuschalten. Also wirklich die Herausforderung jetzt durchzulesen, was muss ich da und da machen, damit ich die Calling Card bekomme. Hat mich nie richtig interessiert. Einige scheinen es zu interessieren, die sich jetzt hier wieder richtig freuen, dass sowas wieder dabei ist. Das ist, ja, ist eine tolle Sache, aber brauchen tut man es eigentlich nie. Diese Entwickler-Ressourcen könnte man eigentlich in das Spiel mehr investieren, als in so hier zusätzliche Bilder. Ist zumindest meine Meinung, kann ja jeder dann selbst für sich entscheiden. Und ja, das wäre eigentlich auch meine Frage wieder. Seid ihr so ein Herausforderungstyp, der immer versucht, ja, ich möchte die Herausforderung machen, damit ich das Bild bekomme? Oder seid ihr doch eher so wie ich? Und entscheidet so, ja gut, ich habe das jetzt freigeschalten, ich nehme das Bild hier. Sieht ganz gut aus und damit kann ich leben. Ja, das wäre es von diesem Video gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall eine Bewertung da. Und schreibt auch zu dem Thema einen Kommentar. Ciao.